Herzlich willkommen, Freunde, zur TMFL! Let's go, Freunde! Ah, ich bin hyped! Wir starten heute rein in die TMFL Season Track Mania Formula League, wenn es noch keiner kennt. Ich bin gespannt, heute ist das erste Rennen, 16 Uhr geht's los und ich fahre nicht alleine. Ich habe einen dabei, den Heidi Cat. Mit dem werde ich heute fahren, der ist bei mir im Team Bonk & Honk. Guten Morgen, Heidi Cat, willkommen! Freut mich, dass du hier bist. So, wo ist er denn? Ah, der hört noch nix. Okay, Track Mania Formula League ist eine Art Formel 1 von Track Mania. Das bedeutet, wir haben 20 Minuten freies Training. Davor hat keiner die neue Strecke gesehen. Das heißt, 20 Minuten Zeit, die Strecke kennenzulernen. Dann gibt es ein Qualifying, eine Flying Lab plus die Qualifying Runde direkt im Anschluss. Und dann geht es auch schon ins Rennen. Ja, und da fahren wir dann ca. 40 bis 50 Runden im Kreis, je nachdem, was für eine Strecke das ist und wie lang die natürlich ist. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe es bisher auch nur von außen gesehen, aber ich dachte, wir bringen das mal im Stream. Denn ich habe in letzter Zeit sehr viel Bock auf Track Mania und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und deswegen wollen wir das so ein bisschen bringen. Ich möchte euch noch ein bisschen was zeigen. Ich selbst spiele in der Division 7, bin 328. im Prolog geworden. Damit wurden wir dann praktisch eingerankt. Wir mussten über sieben Runden eine Zeit fahren. Und damit wurden wir dann eingerankt. Und der Haley Cat, der ist in Division 6, ein Zweiter. Unser Österreicher aus der Community ist 256. als Black Cat hier im Team Bong & Honk natürlich. Dann, let's go. Geh mal rein. Oh, das hat ein bisschen Australien-Style hier. Den Melbourne GP-Style. Oh, das fährt sich schon cool. Okay, nice. Wird dann die Boxer. Ja, Boxen müssen wir auf jeden Fall auch testen. Okay, da darfst du nicht durch. Ob ich da einmal geradeaus fahre, das wird natürlich fraglich sein. Okay, wir haben diesmal sogar die Anti-Wallbang-Barriers auf der Strecke. Was heißt das? Du hast zu Kisten am Rand stehen. Das heißt, du kannst nicht Wollbangen, weil du dann an der Kiste hängen bleibst. Also, Wallbang ist nicht schneller. Ah, ah. Weil du erst noch schneller wäre. Nein, ist nicht schlecht. Das Problem ist halt, wenn man es einmal versehentlich macht, verliert man natürlich wohl Grafikzeit. Ja. So, okay, das war die Runde schon mal. Okay, das kann man vollfahren. Voll durch. Okay, die Kurve wird schon krass. Das ist richtig lustig. Solex. Es sieht auf jeden Fall cool aus, die Strecke. Ich finde, haben sie wieder richtig einen rausgehauen, auch mit dem Palm alles drum und dran. Ist schon geil. Ich glaube, hier brauchst du tatsächlich gar nicht viel driften. Ja. Das kann natürlich sein. Wir sollten schauen, wie viel Benzin und Reifen wir pro Runde verbrauchen, glaube ich, oder? Ja, safe. Das habe ich schon mal richtig schön vergessen. Da kannst du auch durchfahren, auf jeden Fall. Gut, du musst eigentlich nur erste Kurve driften, also die 180-Grad-Kurve. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich fahre mit 82 Meter über die Ziellinie. Honk. Also noch bin ich nicht einmal angepumpt. Oh, okay, da muss man aufpassen. So, ich fahre jetzt mit. 81 Meter, 81,2 Meter drüber. Scheiße, angepumpt. Hat ja gut funktioniert. Und zwar mal. Ziemlich dasselbe. Heidewitzka, da geht es ja schon wieder los. Okay, das waren jetzt bei mir 82 auf 75,5. Also 7 Liter. 7 Liter, sagst du. Natürlich war das keine Cleaner-Runde jetzt. Oh, das war absolut. Absolut weggeworfen gerade eben. Ich glaube, ich muss meinen Pulli noch ausziehen. So, jetzt haben wir auch gesehen, wo man nicht hinfahren darf. Das heißt eigentlich, alles unter 14 Liter musst du einfach in die Box fahren, oder? Oh, Mann. Ja. Wieder angeduldigt. Definitiv. Ah, okay. Jetzt habe ich gesehen, was du meintest. Lol, die habe ich erst gar nicht gesehen in der ersten Kurve. Es soll übrigens auch, hast du das gewusst, auch Regen geben. Nee. Tatsächlich. Wie geil wäre das denn? Das würde ich so extrem feiern. Also ich bin ja ein Freund von sowas. Von dynamischem Wetter. Ah, okay, da kommst du nicht ganz rum. Aber ich finde die Strecke an sich relativ einfach. Ja, also die Golifer-Einstrecke war, finde ich, anspruchsvoller irgendwie mit diesen Schikanen. Ja. Oh, okay. Schauen wir uns die Reifen an. Die Reifen werden, die Reifen werden meiner Meinung nach immer durchhalten. So, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie viel. So, wir fahren drüber bei 62. Ach, Mann, bei 62 Liter und direkt wieder drangehauen, weil ich gucke. Also bei mir ist das extrem gefährlich, wenn ich da runtergucke. Dann kann ich mich sofort nicht mehr konzentrieren auf meine Linie. Ich glaube, ich fahre mal ein Drucks. 278 auf 68. 67 fast, also 5%. Jetzt siehst du, da geht mehr Tank weg. Ich werde mal die Boxenleinfahrt jetzt testen, auf jeden Fall. Ja, aber Tanken braucht halt auch länger in der Box, ne? Ja, klar. Das heißt, du müsstest ja theoretisch nie voll tanken. Du musst immer nur so viel tanken. Ne, Blödsinn, wir brauchen mehr Sprit. Oh, ich habe meinen Pip-Panalty bekommen. Wir brauchen ja mehr Sprit. Weil es Reifen. Warte mal. Oh, du musst aufpassen. Guck dir die Boxeneinfahrt auf jeden Fall an. Ja, okay. Ich fahre mal rein die Runde, weil... Du musst dir auf jeden Fall die Boxenausfahrt angucken, weil... Ja, ja, ja. Das ist... Ach, da muss man die Hose richtig richtig richten. Weil das ist wild. Das sag ich dir. So, siehst du, bei mir geht es schon los auf uns. Aber da wird schon gefragt, where to pit? Ah, ja. Ah, aber danach kannst du Vollgas rausgeben. Okay. Ich habe auf mein Mikrofon gespuckt gerade eben. Wie ich nach das denn? Ah ja, die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt nur... bis zum Stehenbleiben anscheinend. Ja. Ah. Aber du musst den richtigen Dingens treffen, ne? Da ist so ein Pfeil. Ja. Oh. Lol, das habe ich überhaupt nicht gerafft gerade. Kurve. Was ich mich jetzt frage, ist immer noch die Boxenstrategie. Da ja das Auftanken wesentlich länger braucht, als das Reifenwechsel. Ja, aber du kannst eigentlich immer 100% durchtanken und eigentlich kommt es auf die letzten zwei Boxenstops an. oder der letzte sogar. Ja. Das stimmt. Chat, guck mal bitte einer auf meine Tankanzeige, wenn ich das nächste Mal über die Ziellinie fahre, bei wie viel ich war und wo wir dann rauskommen. Weil ich vergesse das immer. Ja, die lässt sich extrem flüssig fahren, finde ich. Oh shit. Wann werden die Reifenrutschig, weißt du das? 20%? Ich glaube dann, wenn sie rot werden. Ah, die ändern die Farbe auch. Ah, gut zu wissen. Oh, oh, oh. So, jetzt gucken wir mal. Genau 87, 86, 9. Natürlich schon direkt wieder gebongen, dann bringt's nix die Runde. 86, 8, ok, jetzt fällig, danke. Die zweite Kurve weiß ich auch noch nicht, wie man die nimmt, muss ich ehrlich gestehen. Ach, wir haben da auch nicht. Oh je, oh je. Das wird was, ey. Wir haben nur noch 10 Minuten, um die Strecke richtig kennenzulernen, ey. Die Zeit geht, die verfliegt, ey. Das ist wild. Bei der Linkskurve, die bergauf geht, weißt du was? Ich meine mit dem Custom Block. Ja. Irgendeine Technik, um nicht den Griff zu verlieren? Noch nicht. Alles klar. So, 83, das heißt 6,5 Liter. Brauchen wir. Machen wir 7 draus. Oder wir gucken nochmal, was wir jetzt gleich haben. Bei 80,3. So, was machst du in der Flying Lab? Haust du alles raus, oder? Hm, wie meinst du? Probierst du alles? Gehst du voll Risk? Also ich, ich versuche da Pipi zu fahren, ja. Definitiv. Nein, ich meine gleich im Qualifang. Ach so. Schwierige Frage. Also, ich werde nicht Full Risk fahren, weil es gibt ja schon Punkte dafür. Und, ähm, ob ich jetzt ein paar Startplätze weiter hinten stehe, macht glaube ich nicht so viel aus. Okay, ich war jetzt überlegt zu sagen, gerade weil es dafür Punkte gibt, gehe ich nicht auf Full Risk. Aber... Aber... So, wir waren bei 67,7. Chat. Lass uns jetzt mal gucken. Wenn ich jetzt eine geile Runde hinfahre, dann müsste das praktisch genau unser Verbrauch sein. So, 67,7. Ja, also 6,6, 6,5. So, Reifen verstecken sich wohl ab 33 Prozent und 60 Runden. Okay. Ich werde jetzt gleich nochmal die Boxen Einfahrt probieren. Hast du es ja schon probiert? Ja, ja, habe ich schon. Also, du hast den Pit auch gefunden, ja? Ja, ich habe ein paar Videos damals gesehen von damals. Ich glaube, das war auch so, dass man die richtige finden musste. Das wird schon funktionieren. Wie viele Runden hast du gerade gesagt? Es sind 60 Runden anscheinend, hat es wirklich gerade gesagt. Ja, das waren 60 Runden, ja. Ach, scheiße, ich wollte die Boxen Einfahrt testen. Nun, dran vorbeigefahren. Egal, nochmal Full Speed. Diese Regeln habe ich, glaube ich, irgendwo auf Discord gelesen. Okay. Da war nochmal eine Zeit raus hier. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, versucht, in diesen fünf Minuten nochmal zu gehen. Wie meinst du? Aufs Klo. Achso, ne, ich mache nach dem Qualifying, wenn ich nochmal was zu trinken hole und so. Ist Zeit. Ich glaube ja, dass genug Zeit ist. Wenn nicht, ist es halt so. Okay, ich fahre nochmal in die Box. Ach, Mann. Was ich mir noch gut merken muss, ist, wo die Geschwindigkeit Bremspunkt für die Box hat. Oh ja, das mache ich jetzt auch. Das heißt, lass mal rechnen, schon mal. Wir haben sieben Liter, sagen wir jetzt mal, wenn wir Safety gehen. Ja. Das heißt, das sind 14, 21. Das sind 30. Das sind 29 Runden. Könntest du damit fahren, oder was? Das wäre krass. Ne, ne, ne. Wenn es 7 Liter pro Runde ist, dann sind 10 Runden schon 70 Liter. Stimmt. Plus 21 ist 13. Plus 21 ist 13. Mathematik. Kann ich. Das sind 91. Plus 7, das ist aber dann schon Risky, wären 98. Also 13 bis 14 Runden, würde ich sagen. Ja, dann werde ich es, ich werde es praktisch immer entscheiden, glaube ich. Wenn ich noch, wenn ich noch größer 7 Liter habe, oder größer, boah. Okay, ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal. Hä, hä, hä. Die Vision 1 wären 43 Runden gefahren. Krank. Ja, 47er Runde fahre ich hier. Aber anscheinend bin ich gar nicht so schlecht. Top 5 irgendwie. So, wir gehen jetzt hier auch in die Box rein. Okay, du kannst den Platz nehmen. Sag ich mal. So, komm. Das reicht, ja. Wollen nur nochmal frische Reifen holen. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir einen raushauen hier. Guck mal, was sonst noch so auf der Strecke los ist. Heide Witzker. So, dann ist jetzt auch gleich Qualifying, Freunde. Bin gespannt. So, jetzt haben wir nochmal eine Runde raus, würde ich sagen, oder? So, dann gucken wir mal. Musst du die mal wegmachen, muss mich konzentrieren, ja. Also, wenn ich im Kohl-Effekt auch gleich so fahre. Was hast du denn für eine Zeit? Ah, sehe ich das irgendwo? Ja, links. Äh, 47, 7. 47, 1. Nice. Nice. Ja, ich bin nur selber 6, weißt du dabei. Ja, ich merke schon, du bist mehr der konstante Boy. So. Aber ich habe, jetzt schreib schon, in Division 1 werden 43er-Zeiten gefahren. Ja, in Division 1, warte, lass mich kurz rechnen, bin ich in 6-Rennen. Hahaha. Jo. Nee, warte, ich bin Division 6, das heißt 5-Rennen. 6, wenn ich einmal sehr, sehr schlecht fahre. So. Fährt man nur eine Runde im Kohl-Effekt? Ja, du hast praktisch eine, du startest aus der Box, und hast eine Einführungsrunde und, äh, fährst dann praktisch eine Flying Qualifying Lab. Ach, Mann. Ja, Heidewitzka. Okay. Freunde. Ach, dann lehnen wir uns nochmal zurück, wa? Ah. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was das jetzt wird. So, erstmal nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt frisch dabei sind. Jetzt geht es gleich ins Qualifying. Wir haben noch ein paar Sekündchen übrig. Siebter bin ich mit meiner Zeit. Bede. Bede. Chum. Alter, hier ist einfach einer eine 45-9 gefahren. Chum. Holy Quackamole. Lab World Record auf meinem Server. End of warm-up, starting match. Let's go. Jetzt geht's los. So, nach rechts raus. Zack. Let's go, Freunde. Jetzt haben wir voll einen raus. Das wollte ich nicht vergessen, jetzt viel Speed mitnehmen für die Flying Lab. Seid mir geduldig, dass ich heute nicht so viel sprechen werde. äh, im Stream. Erstmal. Also, bis die TMFL vorbei ist. Ähm. Ich werde mich heute ein bisschen mehr konzentrieren wollen. So. Okay, ein bisschen weiter außen anfahren nochmal. Okay. Damit Drift rein. Und hier eng. So, jetzt geht's wild. Scheiße, ich hab schon gebombt vor der Start und Ziel gerade. Das war so schlecht, der Skurve. Heide, wird's gar so schlecht? Glückwunsch, bei mir war es richtig bad. 49,4 bin ich gefahren. Auf dem Klo war man, fit sind wir. Trinken haben wir da. So, Start in. Hä? Habe ich den Start jetzt verpasst? Da steht doch Start in 8. Ah ja, okay. Und es geht los. Let's go. Rein. Volle Wulle. Chat, hyped. Hyped ab. So, wir sind schon in der ersten Runde. Nein. Doppelt gebombt. In der ersten Runde, da bin ich noch nie gebombt. Machst du andere Spiele zwischendurch an? Ja, ich sag mal, so am Ende kann ich das auf jeden Fall, oder gegen ein bisschen, wenn ich ein bisschen, äh, wenn es sich ein bisschen verteilt hat, kann ich das auf jeden Fall machen. Ich bin, ich glaube, vorletzter gerade. Ich bin Zweiter. Es fahren noch viele um uns rum. Jetzt bin ich 11 Uhr. Ja, ich fahr, ich fahr langsam, Momentan. Es dauert noch lange genug. Es muss erst mal reinkommen, einfach. Mann. Erst mal reinkommen, ein bisschen das Feld verteilen lassen. Es war wahrscheinlich keine gute Idee, dass ich das hart komplett ausgemacht habe. Ja, das war, glaube ich, eine blöde Idee, wegen dem Reifen und allem. Ja, ich meine, ich kann es, ich habe es am Controller, ich kann es nicht wieder anmachen. Okay. Aber es lenkt so ab, finde ich, wenn man da so viele Dinge hat am Bildschirm. So, das war dann mal eine Schniekerunde jetzt, oder? Chat. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gehe viel zu oft vom Gas. Wir arbeiten uns einfach langsam rein in das Rennen und gucken, dass wir da immer dran bängen, auf jeden Fall. In der ersten Kurve. Nehmen wir immer mit. Nein. Nicht honken vergessen, ne? Noch bin ich dich gepunkt. Ich habe noch nicht honken müssen. Ah ja, okay. Das sehe ich schon zweimal. Aber ich fahre halt auch nicht schnell. Oh, da war der erste Bonk. So. So, sind wir mal auf Platz 12 eben vorgefahren. Ich glaube, da kannst du im Drift auch schneller rumfahren. So, wir werden uns einfach peu a peu rantasten an die Führungstruppe da vorne. Boah. Das war komisch gebremst, auf jeden Fall. Ich finde, mit dem Slide kannst du so viel retten. So, ich habe eine 47.1 schon gefahren. Jetzt eine unter 46. So, ich glaube, da muss ich vom Gras gehen. So. 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 ich hatte einen guten anfang gerade in der runde aber hat es jetzt gar zu ganz schön knapp chat habt ihr das gesehen noch 42 liter ich glaube ich habe die lange langsam die erste kurve raus natürlich bin ich gebungt auch trotz eine sekunde schneller 46 8 ist die schnellste aber ich kann noch mal eine sekunde schneller auf jeden fall wenn ich da keine fehler machen geht auf jeden fall schneller noch die erste kurve so entscheidend mein problem ist einfach dass der eisbad fehlt auf der strecke der eisbad so meine schwester ist jetzt eine 47 4 nein gedummt also meine reifen bauen fast so ab wie meine meinen tank weil ich tatsächlich mehr drifte als ich dachte ich habe mehr drifts gefunden die mir weiterhelfen weil es ist ein guter punkt wer weniger reifen abbaut als tank und für den tank in die box muss verschwendet er eigentlich reifen ja ja wir haben noch 30 liter ich glaube ich gehe tatsächlich runde 14 rein ich bin noch mehr boah das war knapp boah das war knapp alter um uns fahren alle leute gerade noch nein absolut dumm gebombt gerade heidewitz kam und an der ersten kurve kommt sagt uns schon wieder bis 8 so ich muss langsam auf den tank achten jetzt werden die reifen richtig slippery holy shit 26 ja die ersten sind schon in der box das war schlicht und da gab es auch schon die ersten penalties so sollen wir rein oder sollen wir noch eine runde fahren wir könnten theoretisch noch eine runde kommen wir nehmen eine runde noch mit mehr werden sind geboren wir fahren im pit sicherheitsmäßig ich habe mal jetzt die anderen spielen ein bisschen an das ding mal gucken wenn es mich nervt mache ich das aber wieder weg wenn wir hier nicht durchkommen aber so haben wir ja auch ein bisschen was für euch so meine reifen sind drauf ich glaube wir sind gut gefahren da kam ein hubble jetzt sind wir 15 da wir sind tatsächlich hängen geblieben oh da hat es einen geflippt chat habt ihr es gesehen da lag einer auf dem kopf da ist gleich ein ganz anderes fahrgefühl wieder wenn du die frischen reifen drauf hast das wäre geil gewesen so jetzt haben wir ein kleines duell mal da vorne da sind wir gut angekommen ah ne der ist jetzt gerade reingefahren ins ding oh guck mal wie viele da in die box gefahren sind da sind viele noch draußen geblieben eine runde mehr also ich glaube so langsam ist in der box noch nie mehr gefahren wie ich gerade ich weiß jetzt nicht ob ich das gut finden soll oder nicht so wir sind wieder zehntag da sind wir angebombt freunde oh mein gott was mache ich denn dann lag schon wieder einer auf dem dach oder ist das der gleiche gewesen ja wenn es sich aufs dach legt dann ist vorbei oh wir sind die kurve falsch angefahren damit hat schon wieder zwei plätze gekostet direkt so dann schnappen wir uns aber direkt wieder der ersten kurve den dr tilt oh nein oh nein holen wir uns direkt wieder ja zack das ist ja besser gefahren als ich Mann no slide Jungs ich muss es wieder ausmachen ich kann mich nicht konzentrieren es tut mir leid so wir müssen jetzt nochmal hier richtig raushauen hier ich so doch ich 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 hast du denn schon einen fehler gemacht? ja so jede runde mal, nein aber ich habe definitiv schon Fehler gemacht, mehr als einen. so 11 ach man unnötig, weil ich es riskieren wollte, habe mich wieder zwei sekunden gekostet das gibt es doch nicht, dass ich da hängen bleibe also im moment ist jede runde ein fehler drin gerade, das geht ja nicht weiter ja ich habe da jetzt auch eine schlechte phase, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen reingefunden da muss ich sehen schön ausland fahren ja jetzt war doch mal wieder was dabei gute runde, so muss weitergehen update von deiner strecke, wie viel da, was passiert? 16 da bin ich momentan quasi einen Platz verloren nach dem Boxenstopp, aber ich habe mehr Plätze verloren, ich glaube ich war 19 oder sogar kurz Zeit gegeben, jetzt wieder zurückgekommen okay ach man jetzt habe ich einmal wieder die angemacht, aber das Feld ist wahnsinnig, ja, Entschwür alles gut alles gut das Feld ist wahnsinnig wahnsinnig dicht, aber ich habe zwei Zettel von mir, ist vielleicht der nächste okay bei mir sind es 3 Sekunden gerade, 3,7 Sekunden so, da müssen wir jetzt ein bisschen hier Gas geben, um das aufholen zu machen so, jetzt haben wir doch mal ein bisschen was schon mal aufgeholt so, die Reifen lassen wieder nach oh nein oh nein oh, ich bin leider geflippt oh 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 holy quackamoli chat die Reifen haben nachgelassen, schon bei 40% oder was? da bin ich einfach nur scheiße gedriftet es ist so dicht, ich war gar innerhalb von einer Runde 19. 16. 18. alles in einer Runde ich merke schon wieder, wie die Reifen nachlassen so das war jetzt nicht schlecht Stippskiesel hatte irgendwas geschrieben, das muss ich mir gleich mal in der Box angucken oh, ich bin aber auch selten dämlich Fehler gemacht, großer oder was? ja ja, ich meine nicht so schlimm, aber es ist so quasi vergessen, wie man Auto fährt in einem Moment ha 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 I feel it ich glaube, es waren wieder ein paar im Pit ach, scheiße voll angebombt im Ding mein Teammate ist auch in deiner Div Platz 5 kranker Typ boah, ich glaube, ich verbrauche weniger Reifen als die anderen echt? echt? ja ich habe geglaubt, ich verbrauche weniger weil die sind jetzt schon jetzt schon in der Box und ich bin auf einmal Vierter ja ja bei mir ich habe auch ich bin jetzt 14er, da ist auch fix in die Box gegangen ich habe noch 47 so eine Runde geht noch boah, die Reifen werden so schlecht ab einem gewissen Punkt, ne? das ist halt halt mehr das ist halt halt mehr so, wir könnten theoretisch noch eine fahren Chat wollen wir das machen? wollen wir noch eine Runde fahren? na, gucken wir gleich am Ende das Pit sagst du, ja komm dann gehen wir ins Pit oh, gut reingefahren mit 120 nice ja, ich hätte gesagt wir hätten tatsächlich noch eine Runde fahren können oh ja wir müssen einmal mehr ins Pit äh in Pit als die anderen scheiß wir hätten durchfahren ja, wir hätten durchfahren sollen wir haben jetzt go, go, go wir hätten jetzt sind zwei Runden, die uns rausgegangen sind praktisch die müssen einmal weniger stoppen als vier das ist jetzt kacke das hole ich nicht raus dafür mache ich zu viele Fehler gleich stopp start, die gehen ab, machen die andere ne, die machen doch, ja und ich muss vier mal pitten auch wenn die Reifen rot sind ist kacke, aber ach man wenn ich solche Fehler mache dann ist aber auch kein Ding dann ist klar guck dir das an ich mache nur Fehler gerade wieder ja, ich bin aber auch schlecht so wir haben wir hätten praktisch zwei Runden mehr raus äh draußen bleiben sollen um praktisch ähm ja weil jetzt müssen wir einmal mehr stoppen als die anderen bei mir kann sich das noch rausgehen, darf ich aber nicht dort ich fahr quasi nach rund 30 in die Box siehste und ich bin rund 28 in die Box ich hätte auch man ich krieg dauernd Nose-Lights Entschuldigung ich muss mich aufregen jetzt hier mal Entschuldigung, ich muss mich aufregen jetzt hier mal und stehen geblieben sehr schön hm Heidewitz kam Ach Mann 0-4 schneller und dann an den Zaun geballert Fun Fact ich bin immer noch keine 46er gefahren Habe ich diese eine Kurve, ich kann die gar nicht mehr jetzt schön genommen, aber ich die glaube ich einmal ein bisschen ja ich glaube jetzt weiß ich wie ich die letzte Kurvenkombination nehme so, dann sind wir mal wieder Elfter jetzt haben wir mal wieder ein paar Runden gefahren, die ok waren Honk, honk, honk nein ich verschrei es halt auch, aber das ist unfassbar, ich bin der schlechteste Trackmania-Fahrer, den es hier gibt auf dem Server das ist, komm moan, Alter, ich muss die ausmachen was kann man denn so konstant schlecht fand ich ja immerhin konstant, ne ja konstant schlechter, ne ach das war richtig schlecht, oh mein Gott das war richtig schlecht, oh mein Gott das war richtig schlecht, oh mein Gott ne eine Top Ten wäre auf jeden Fall cool, aber ich glaube nicht, dass wir das erreichen vor allem mit den zwei Fehlern, die wir gemacht haben ja und solche Fehler, die einfach unnötig sind, wo wir dann da drauf fahren das ist der ganze Rhythmus am Arsch also Platz 10 ist 24 Sekunden weg man muss ja noch einige Fehler machen oder es muss irgendeinen flippen oder irgendwas die Runde war jetzt extrem schlecht ich glaube ich habe alle meine Bombs bis auf einen in der selben Kurve ich glaube ich habe alle meine Bombs bis auf einen in der selben Kurve die ich einfach nicht verstehe oder nicht einschätzen kann ich gar nicht so, Elfter nein oh das war ein schlimmer Bonk nein oh das war ein schlimmer Bonk jetzt war ich nervös, weil ich meine schnellste Runde gefahren bin bisher nein und selbst dann nicht und ich natürlich weil ich da drauf gucke ich bin so ich bin Zehnter ok, wahrscheinlich weil einer vor mir ins Ding gefahren ist die Box oder so nur Fehler wieder am laufenden Band wo ich bin ich bin auch hier Ich glaube, ich habe fein in die Nach-40-Runden herausgefunden, wie ich die Kurve fahren muss. Bist du mir schon einen Schritt verrausen, muss ich sagen. Okay, ich verhaße mich gerade, glaube ich. Oh, greifen gerade ausgebrochen. Holy fucker-mode. You're running out of fuel. Ich fahre noch eine Runde, auch wenn die Reifen schlecht sind. Können Sie da noch eine fahren? Ah, angebombt, das kostet Zeit. Fahren wir lieber in die Box. Sehr gut gestanden. Ah, Heidewitzka. Okay, komm, jetzt müssen wir noch einen letzten guten Sint hier fahren. So, für wie viele Runden reicht mir das jetzt? Ich bin der erste 46er gerade. So. Ist keiner weit und breit um mich rum. So, jetzt muss ich rechnen. of man sich schon rumciones hat. Oh, das ist schon mal weg. Okay. So, jetzt wird es bei einer Runde durch die enfermacht. ich habe brain black nochmann ich denke zu viel nach übers tanken gerade ich 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 So, jetzt ist die Frage, fahre ich noch eine Runde oder nicht? Oh nein, was? Ja, wenn ich zu viel Bonke die Runde, geht es jetzt mit dem Benzin nicht aus. Das war knapp hier. Heidewitzka. Also ich glaube, wir müssen noch mal tanken. Schön gebongt. Alles gut. So, jetzt haben wir noch mal 95 Minuten. Also ich muss auf jeden Fall noch mal tanken. Deswegen kann ich hier eigentlich gut die Reifen verbrauchen. Ja, hat gut funktioniert. Doppelbong in der schnellen Passage. Und am Ende der Ausgang der Kurve auch noch mal. So will ich jetzt keiner in die Box gehen, ich brauche ein paar Positionen. Also ich glaube, ich sollte Boxauto eher spielen. Gibt es da nicht ein Boxautomat? Ich glaube, das ist eher mein Fall. Nächstes Mal fahre ich Safety kann. Ja. Ich glaube, das sollte ich auch machen. So, für 10 Runden sind 70 Liter, ne? Ja. Ja. Wenn du sparsam bist, bisschen weniger. Boah, das hätte fast noch viel schlimmer sein können. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Box. Dann können wir nämlich nochmal einen langen Stint zu Ende fahren. So, 10 Runden. So. So. So, und jetzt können wir bis zum Ende fahren. Das heißt. So. 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 Jetzt kann ich das hart ausmachen. So. 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 . So. Ich mach das hart aus und ich fahre instant besser. ich merk's einfach. So. 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 let's go. so. 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 platz 13 können wir eigentlich noch holen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, sind wir mal endlich wieder eine schnellste Runde hier gefahren, ey. Nice. Und direkt 45,9 und direkt doppelt. Wie krank. Interessant, ob man nachher so eine Gesamtzeit ziehen. Ja, klar. So, knapp. Ja, ich habe noch einen bekommen. Oh Gott, was mache ich denn? 5,4. Die kommen aus. Die kommen aus. es gibt einen Winner schon naja beim ja ja klar wir fahren nicht zu Ende oder dann hätte das gereicht mit dem fuel dann hätte ich gar nicht mehr in die box fahren müssen das stimmt shit dann hätte ich gar nicht in die box fahren müssen mit dem fuel das ist so dumm gewesen warum bin ich dann noch mal in die box dann hätte ich riskieren müssen naja chat 15 da sind wir geworden im ersten rennen ich denke es ist okay was bin ich gefahren zwei laps bin ich zurück also in drei runden hinten nach 16 da ok krass ja ich glaube dann sind wir ganz gut in unserer liga eingerankt aber hat auf jeden fall spaß gemacht ich habe mich zu sehr aufgeregt glaube ich hätte ein bisschen ruhiger fahren müssen fehlerfrei möchte ich fahren nein nein beinahe geflippt